Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Travian 5 und ja, wir, also die letzte Aufnahme ist jetzt, ich muss mal überlegen, das war Freitagabend, jetzt haben wir Montagmorgen und ja, wir haben natürlich jetzt einiges an Rohstoffen dazu bekommen, die Lager sind aber mitunter voll, also bei dem, wo wir doppelt so viel bekommen oder fast doppelt so viel, ist das Lager voll bei 1000, bei den anderen noch nicht ganz. Ist jetzt aber auch nicht so dramatisch, wir spielen ja derzeit die Open Beta und ja, wir haben jetzt erstmal so ein paar Sachen zu erledigen, wir haben hier nämlich in dem Fenster, in dem Browserfenster hat man es gesehen, eine 7 hatten wir dort stehen, unser Anfängerschutz ist auch mittlerweile abgelaufen und ja, wir werden hier einmal durchklicken, wir haben einmal eine Allianz-Einladung, so, gucke ich gerade mal. Ach, keine offene Einladung, okay, schade. So, wir können aber unsere eigene Allianz gründen und nennen wir einfach mal LehrerLP, LLP und dann haben wir hier unsere eigene Allianz gegründet, einfach nur mal so zu Testzwecken. So, dann gibt es noch einen Geheimbund, da kann man dann Sachen teilen und so weiter und so fort. So, das soll aber erstmal reichen. Wir müssten jetzt auch eine Quest abgeschlossen haben, denn wir haben ja auch noch hier so ein, im Questlog so ein paar Sachen haben wir ja, wie zum Beispiel hier mit der Allianz. Ich werde auch mal eben ganz kurz mal schauen, dass wir mal eben kurz, wir sollten ja hier in der Rohstoffansicht, wir sollten ja hier auch unsere Sachen ausbauen, also dazu gehört natürlich dann hier auch noch Erze und natürlich auch Holz. Das mache ich mal eben ganz kurz nebenbei, das dauert ja auch nicht so lange. So, ich glaube, wir können auch nur zwei Sachen, genau, dann kann das nämlich so ein bisschen im Hintergrund laufen und dann schauen wir uns mal die nächsten Sachen an. So, Unterstützung angekommen, das heißt, aha, wir haben hier Unterstützung bekommen von Nanu, herzlichen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob das ein Zuschauer ist oder ob das einfach einer ist, der hier mich auf der Karte gesehen hat oder einfach nur just for fun, kann sich ja mal outen in den Kommentaren. Dann erstmal herzlichen Dank dafür. So, als Verteidiger mit Verlusten gewonnen. So, ich glaube, ich nehme es nochmal wieder zurück. Also, der Nanu hat uns, oh, jetzt sind Berichte weg. Mist, 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 Mist. Unterhaltung. Also, Kaiserbrötchen hat uns geschrieben. Ja, All Games Love, der ist mit Sicherheit, hat mit Sicherheit die Videos gesehen. Ja, also, erstmal danke für die Anfrage mit der Hilfe, aber wie gesagt, ich mache das erstmal nur mal so testweise, irgendwie so fünf, sechs Folgen und dann sehen wir danach mal weiter, ob ich das denn weiterspiele oder nicht. So, dann möchte ich mal eben kurz weiter bauen und bauen, damit wir hier auch unser Questlog dann so ein bisschen wegbekommen und dann haben wir hier noch weiter Berichte. Die gucke ich mir eben nochmal ganz kurz an. So, der hat hier wieder ordentlich druff gehauen, hat uns auch ein bisschen ausgebeutet und hier auch, hat sich jetzt aber nicht so richtig, ach, guck mal, das war heute. Hat aber nicht so richtig viel mitbekommen, aber unsere, wahrscheinlich unsere komplette Verteidigung vernichtet. Aber wie gesagt, ich habe jetzt extra, war jetzt extra übers Wochenende nicht drin, damit ihr hier auch nichts verpasst, weil ich wollte jetzt schon zusehen, dass wir hier alles jetzt nach und nach dann zusammen uns anschauen können. Es fehlt jetzt auch nur noch einmal hier Erz und einmal hier beim Holz und dann haben wir nämlich alle, ja, alle Rohstoffgewinnungsdinger haben wir denn auf eins. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. So, und dann möchte ich mal eben ganz kurz schauen, im Questbuch, ja, hier müssen wir aufpassen, die können wir noch nicht annehmen, weil wir sonst zu wenig Rohstoffe haben. Deswegen müssen wir erstmal kurz gucken, können wir irgendwas bauen? Baue die Akademie auf Stufe 5 aus. Eine neue Akademie ermöglicht dir die Forschung neuer Einheiten. Dann haben wir hier ein Versteck. So, damit können wir dann zusätzliche Rohstoffe verstecken. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, vor allem, wenn wir hier dann immer angegriffen werden. So, ich gucke gerade mal. Ja, 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 ist jetzt noch nicht so geil. Ich werde erstmal, ja, wobei die Quest abgeben kann ich jetzt auch noch nicht. Gucken wir mal eben ganz kurz. Marktplatz können wir mal bauen. So, das machen wir mal eben kurz. Das heißt, Akademie, Schmiede, Marktplatz, Hauptgebäude auf 3, Rohstofflager, Stufe 1. Ja, dafür brauchen wir erstmal das Rohstofflager. Das können wir dann hier auch mal hinbauen. Zack, dauert 30 Sekunden. Das geht ja alles relativ zügig. Und dann tasten wir uns so langsam dann mal ran an die nächsten Quests. Ja, wie gesagt, wir machen nach dieser Folge noch zwei weitere. Die letzte kommt dann am Mittwoch raus. Und dann habt ihr einmal so einen groben Überblick. Ich meine, ich muss sagen, ich habe Travian bis hier noch nie gespielt. Es ist natürlich von der Aufbaustrategie, ist ja so klassisch wie bei Siedler oder halt auch Age of Empires. Da läuft es ja auch quasi so ab. Und so, jetzt wollen wir eben mal gucken, können wir den Marktplatz uns leisten. Das sieht gut aus. Ja, so teuer ist er auch nicht. Und dann können wir den mal hinstellen. Und wenn der steht, dann haben wir nämlich wieder Quests oder wir können mal eben Quests abgeben. So, nicht genügend Platz im Kornspeicher. Na ja, müssen wir erstmal nochmal was ausgeben, was Korn kostet. Hier haben wir aber eine ganze Menge Quests. So, die Belohnung holen wir uns mal ganz kurz ab. Die noch nicht. Die können wir uns abholen. Rohstofflager bauen. Können wir uns auch abholen. Und jetzt haben wir hier wegen dem Rohstofflager, ja, einen Kornspeicher. Der muss separat gemacht werden, wenn man den erhöhen möchte. So, und dann können wir auch hier unsere Belohnung abholen. So, das nächste wäre quasi Kornspeicher bauen. Das machen wir dann auch einmal. Zack. So, und dann haben wir direkt den Typen. Ach ne, das ist noch der hier. Also, warten wir erstmal kurz. So, je ein Feld auf zwei. Holz, Lehm, Eisen. Das können wir auch mal eben nebenbei machen. Also, das ist ja erstmal Getreide, das wollen wir ja gar nicht. Aber einmal Lehm und einmal Eisen brauchen wir dann noch. Aber es ist gerade sowieso so ein bisschen Wartezeit. Von daher gehen wir mal wieder in die Stadtansicht. So, wie sieht es hier aus? Allianz beitreten, ja, Belohnung abholen. Dann ist auch hier das ganze, das Lager wieder ein bisschen voller. So, was können wir weitermachen? Alle Getreidefarmen auf zwei. Gibt eine fette Belohnung. So, können wir mal kurz raufgehen. Ja, hier dauert es noch ein bisschen. Ich mache aber erstmal die andere Quest. Wo wir jeweils eins auf zwei haben wollen, haben müssen. Und danach, dann machen wir dann die Getreidefarmen. Und die Wartezeiten dauern jetzt immer ein bisschen länger. Ich finde es ja schon mal gar nicht schlecht, dass man hier zwei Sachen gleichzeitig ausbauen kann. Dann hat man da später dann, ja, muss man sich da nicht so extremst dann immer, ja, zusehen, dass man sich einloggt. Hier sehen wir auch den Baustatus. Das ist ja auch schon mal ganz nett. Baumeisteraufträge. Und ich glaube, ich schaue mal gerade, wenn wir jetzt unser Hauptgebäude ausbauen. 34 Minuten, ja, das ist ein bisschen lang. Müssen wir jetzt nicht machen. Und Leute, ihr könnt mich auch gerne angreifen. Also nehmt euch da nicht zurück. Also ihr könnt mich gerne, ja, nach der letzten Folge quasi angreifen. Das ist quasi ab sofort oder in einer halben Stunde werde ich, denke ich mal, damit fertig sein mit den Aufnahmen. Und nehmt keine Rücksicht. Greift einfach an, weil danach werde ich sowieso dann natürlich erstmal eine Pause machen, bis dann die finale Version rauskommt. Und wenn ihr da Bock habt, dann können wir die auch gerne mal spielen. Auch wenn ich dazu sagen muss, es ist schwierig, hierfür ein Let's Play zu machen, weil man muss sich halt immer mal zwischendurch einloggen. Dafür lohnt es sich dann aber nicht, dann immer eine Minute aufzunehmen, wenn ich nur mal eben ganz kurz hier was bauen möchte. Also es ist nicht ganz so leicht beim Fußballspiel, was wir auf Facebook gespielt haben, war es nicht so schlimm. Da ging es eigentlich, weil es dann mit dem Spiel, was man sich angeguckt hat, auch immer ein bisschen länger gedauert hatte und so weiter und so fort. Aber hier ist es halt, ja, schwierig. So, dann wähle ich mal nochmal einmal einen von den Erz, von den Eisenminen. Dauert zwei Minuten. So, hier haben wir wieder, besiege die Räuber im Königreich. Hier haben wir ein Räuberlager. NPC-Dorf, Räuberlager. Ist das in unserem Königreich eigentlich nicht, oder? Ach, das ist das Räuberlager. Ah ja. Ja, Truppen schicken, ja, bevor wir Truppen schicken, das können wir eigentlich auch mal machen, warum denn nicht? Und auch das mit diesem Abenteuer, ne, kann man auch mal gucken. Ach, guck mal hier, wir haben jetzt sogar hier ein leichtes Reitpferd. Stimmt, richtig, das ist ja praktisch, wahrscheinlich ist unser Held dann sogar ein bisschen schneller. So, und wir können Attribute zuweisen. Kampfkraft. Wir machen das mal so. Machen wir mal bei jedem einen. Okay, bei den Rohstoffen brauchen wir nicht unbedingt. Machen wir nochmal Verteidigungsbonus. Zack. So, Auktionen, Abenteuer. Ja, keine Ahnung. Langes Abenteuer, kurzes Abenteuer. Machen wir mal ein kurzes, denn, oder mehrere kurze, meine ich. Deswegen auch, dann erleben wir auch noch da die Resultate, die wir da rausbekommen. Und dann werde ich mal in die Kaserne gehen und dann können wir nämlich mal hier so ein paar Angreifer bauen. Getreideverbrauch. Ja, umso mehr Kämpfer man hat, desto mehr, warte Gott, desto mehr Getreide wird auch verbraucht. Das heißt, wir haben jetzt aktuell, so wie es aussieht, machen wir Minus. Das ist natürlich fatal. Äh, da sollte zumindest ein kleines Plus dann stehen. So, wir hatten ja aber auch eine Aufgabe noch hier mit den Je einfällt auf 2. Das ist fast fertig. Allianz beitreten. Können wir uns noch nicht ganz die Belohnung abholen. Alle Getreidefarmen auf 2. Ist auch schon mal nicht so schlecht. Also, wir müssen mal zusehen, dass wir hier ein bisschen Getreide loswerden. Ähm, damit wir halt dieser Belohnung uns abholen können. Oder wir können theoretisch auch unser, unseren Kornspeicher vergrößern. Ich weiß jetzt nur nicht. 105. Ah. Müssen wir mal gucken. Rohstoffe tauschen. 3 Minuten 40. Genug Rohstoffe. 11,50 Uhr. Ja, eineinhalb Stunden wollte ich da jetzt eigentlich nicht drauf warten. Also, wie können wir ein bisschen Getreide loswerden. Hier zum Beispiel. Genug Rohstoffe heute um 10.50 Uhr. Wir können theoretisch auch hier auf Holz. Zack. Gucken wir mal, wann der dann fertig ist. 10.34 Uhr. Ja, das würde passen. Das würde passen. Das ist ja in 12 Minuten. Das können wir dann im Laufe der nächsten Folge. Dann anklicken. Und dann muss ich mal gucken. Ja, ein bisschen Getreide verlieren wir ja auch. Und wenn wir das ausbauen. Oh, das ist knapp, ne? Botschaft. Oasen. Nutze eine Oase. Oase. Guck mal, haben wir jetzt eine Oase. Muss ich mal eben kurz gucken. Ja, da müsste ja wieder eine Aufgabe fertig sein. Ja, das ist cool. So, Belohnung abholen. Ja, wunderbar. Dann machen wir das mal. Dann hat das jetzt mit der Oase auch geklappt. Das mussten wir denn hier erstmal in der Botschaft quasi einstellen. Ja, das ist ja super. Sehr, sehr schön. Also, da haben wir in dieser Folge mal richtig viel geschafft. So, hier ist die Oase. Wo wir Truppen stehen haben. Wir sind hier. Ja, 10% kriegen wir von dem ganzen Pott. Können wir mal Rohstoffe abholen. Abholen. Vor ein paar Sekunden. Ja, das hat sich jetzt nicht so richtig gelohnt. Okay, ist jetzt aber auch nicht so dramatisch. So, dann schaue ich eben mal kurz. Ah, jetzt haben wir wieder eine Menge Getreide. Das müssen wir erstmal wieder richtig loswerden. Belohnung abholen können wir hier auch. So, dann kriegen wir hier die Quests so langsam fertig. Nicht genügend Platz im Kornspeicher. Würde ich fast sagen, dass wir dann den Kornspeicher einfach ausbauen. Dann haben wir da nicht so einen Stress mit. Und 3 Minuten 40 ist ja auch kein Thema. So, dann kann ich nebenbei eben nochmal ganz kurz. Wir können ja sowieso dann gleich die Rohstoffe abholen. Zweimal sogar. Dann können wir eben mal wieder das schon mal in Auftrag geben, dass die nächsten Felder, Kornfelder, dann auf 2 gebaut werden. Damit wir hier von diesem Minus runterkommen. Beziehungsweise am Ende der Folge werde ich dann unseren Held dann wieder auf alles gleich stellen. Und ja, dann schaut das eigentlich so ganz gut aus. Ich gucke gerade mal, wie lange dauert das mit dem Bauen. Das dauert hier noch ein bisschen. 4 Minuten 17, dann ist alles fertig. Das heißt, ich mache ein paar Minuten Pause. Dann ist ja auch hier unser Abenteuer durch. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder zu der nächsten Folge, Folge Nummer 5. Und wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Und ja, wir sehen uns dann wieder für mich in ein paar Minuten, für euch dann in einem Tag. Also, bis dann. Tschüssi. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.